Ich würde mich gerne heute einem anderen Thema noch zuwenden, das wir beide schon länger verabredet haben für diesen Podcast und immer verschieben mussten. Man kann ja die Coronavirus-Pandemie auch historisch vergleichen mit anderen Epidemien und Pandemien. Vor mehr als zehn Jahren gab es, da erinnern sich viele sicher noch dran, die sogenannte Schweinegrippe, H1N1. Damals warnte die Weltgesundheitsbehörde mit deutlichen Worten, jetzt zuletzt hieß es von der WHO, das Coronavirus ist zehnmal tödlicher. Hat man sich damals verschätzt bei der Schweinegrippe? Also man hat sich am Anfang der Schweinegrippe-Pandemie, das war eine Pandemie, schon verschätzt, was die Schwere angeht. Aber wie es im Nachhinein dargestellt wird, ist auch nicht richtig. Wir wissen heute übrigens genau, warum man sich verschätzt hat. Das können wir hier auch mal erörtern. Und es ist aber dennoch im Nachhinein betrachtet nicht so, dass man sagen kann, das war alles komplett harmlos. Wir hatten, was jetzt die allgemein Verstorbenen angeht, ungefähr so eine Zahl wie in einer Grippesaison weltweit. Also da sind nicht mehr Patienten dran verstorben, als an einer normalen saisonalen Influenza. Aber auch nicht weniger, wie das manchmal dargestellt wird. Und es gibt aber einen großen Unterschied, nämlich das Altersprofil. Weil das eine Pandemie war von Influenza, und das haben wir ja auch öfter hier schon mal gesagt, da betrifft das ja mehr auch die Erwachsenen des mittleren Alters. Und wir hatten hier bei diesem Virus ein Artefakt, ein immunologisches Artefakt, eigentlich ein natürliches Phänomen, das wir aber damals noch nicht verstanden haben. Das können wir gleich noch mal besprechen, wenn wir darüber reden wollen, warum man sich verschätzt hat am Anfang. Aber dieses selbe Phänomen, das hat auch dazu geführt, dass nur ungefähr 20 Prozent derjenigen, die verstorben sind, über 65 Jahre alt waren. Und das ist bei einer normalen Influenza ganz anders. Da ist also auch jetzt hier, wie beim SARS-2-Virus, schon das Maximum der Verstorbenen im hohen Alter, also jenseits des Ruhestandsalters, sagen wir mal, so von der Vorstellung. Das ist ja jetzt hier noch stärker betont. Aber bei einer pandemischen Influenza, und so war es eben auch bei der H1N1-2009-Pandemie, da sind es die mittelalten Erwachsenen, also die sagen wir 25- bis 35-Jährigen, die betont sind. Und ich kann mich genau daran erinnern zu der Zeit. Ich habe da ja auch schon Virologie gemacht. Ich war da damals in Bonn noch. Da gab es auf allen Intensivstationen Erwachsene mit schwersten Verläufen, also 30-Jährige, 35-Jährige, die gestorben sind auch auf der Intensivstation, für die man nichts mehr tun konnte, wegen akuter Virus-Pneumonie. Und man darf nicht vergessen, bei der Influenza ist die Pathogenese anders als bei dem jetzigen Coronavirus. Bei der Influenza gibt es ja ein antivirales Medikament für diejenigen, die keinen Immunschutz haben, das Tamiflu. Das aber sehr früh gegeben werden muss, sodass es in klinischen Kohorten nur dann wirklich wirksam ist, wenn es ganz früh gegeben wird. Aber es gibt noch etwas anderes für die spätere Phase, das sind Antibiotika. Also bei der Influenza ist es eben so, dass man doch häufig auch nicht direkt am Virus stirbt. Übrigens damals bei der Schweinegrippe 2009 war es so, das waren häufig direkte Virus-Pneumonien. Aber viele Fälle hatten auch so diesen klassischen Influenza-Verlauf mit einer bakteriellen Zweitinfektion, an der man dann eigentlich in ein klinisch schlechtes Fahrwasser kommt und sich verschlechtert. Aber das kann man behandeln mit Antibiotika. Und dieses jetzige Coronavirus ist nicht dadurch ausgezeichnet, dass viele Patienten unter Antibiotika dann wieder besser werden, weil sie eigentlich in Wirklichkeit eine bakterielle Lungenentzündung haben als Zweitinfektion. Nein, das ist hier nicht der Fall. Hier ist es das Virus selbst. Und wir brauchen deswegen dringend mehr Forschung zu antiviralen Medikamenten. Wir brauchen dringend auch Erkenntnisse, wie man vielleicht existierende immunmodulatorische und vielleicht sogar antivirale Medikamente, Stichwort ist ja hier Remdesivir, wie man das verwenden kann gegen dieses Virus. Was kann denn eine Erklärung dafür sein, dass das damals so anders war immunologisch? Also, dass viel mehr jüngere Leute von schweren Verläufen betroffen waren. Hatten die Älteren irgend so was wie eine Hintergrundimmunität? Ja, das hatten sie. Und das hat man damals eben nicht vermuten können. Also man kann nur das wissen, was eigentlich wirklich beforscht ist. Und man arbeitet mit den Labortesten, die man eben so hat. Und was man damals ganz früh, ganz am Anfang eigentlich schon gesehen hat, ist, dass in normalen durchgeführten Labortests, die so nach Antikörpern schauen, das nicht so aussah, als seien diese Viren großartig miteinander verwandt. Also das neue Virus H1N1, was damals neu aufgetreten war. Und das alte H1N1-Virus, das schon in der Bevölkerung vorhanden war. Und ich glaube, da müssen wir gleich noch mal kurz drüber reden, wie das so vom Timing gewesen ist. Denn das ist wichtig für eine Erklärung. Aber der erste Eindruck damals war, serologisch in Labortesten sind diese Viren, das alte H1N1 und das neue pandemische H1N1 von 2009, eigentlich nicht großartig miteinander verwandt, haben nicht viel gemeinsam, machen keine Kreuzimmunität, wie man damals dann relativ schnell auch geschlossen hat. Und das war voreilig. Und was man auch noch gesehen hat, als dieses Virus neu kam, da hat man natürlich auch gleich angefangen, das in seiner Grundpathogenität zu bewerten im Tierversuch. Es gibt also bei der Influenza ein klassisches Tiermodell, das ist das Frettchen, mit dem man Erfahrung hat. Und wo man dann wirklich sagen kann, das bildet schon die Infektion auch beim Menschen sehr gut ab. Das ist komisch erst mal. Also Frettchen sind ja Karnivoren, Raubtiere. Genau, die sind also mit uns innerhalb der Säugetiere gar nicht so nah verwandt. Also die Nagetiere wären zum Beispiel viel näher an uns dran. Aber eine Influenza in der Maus, da kann man nicht so viel schließen auf den Menschen. Beim Frettchen ist es schon sehr ähnlich. Und das weiß man und das bestätigt sich auch. Also das geht so weit, dass man da sogar auch Übertragungsexperimente machen kann. Aber auch eben zu schauen, wie so ein Virus ja einen Schaden anrichtet, zum Beispiel in der Lunge. Das kann man machen und das hat man damals relativ früh gemacht. Und die Daten, die kamen, die waren eindeutig. Die sagten, dieses neue H1N1-Virus, das ist mindestens so schädlich für die Lunge im Tierversuch wie das H3N2-Virus, das damals zirkulierende Haupt-Influenza-Virus. Und das ist auch ein ordentlich pathogenes Influenza-Virus im Tiermodell, wenn man also jetzt mal von der Immunität absieht. Also das heißt, ganz einfach betrachtet, die Immunität mal außen vor in der Bevölkerung, das Virus an sich mit seiner Grundausstattung ist ein gefährliches Influenza-Virus, das H1N1 von 2009. Und was man dann aber erst nach vielen Monaten gesehen hat, war etwas, das überraschend war. Und zwar, man hat erst mal an den Inzidenzdaten gesehen, dass die Alten in der Bevölkerung eigentlich gar nicht so schwer krank werden. Das war erst mal nur so eine Beobachtung. Und erst ein paar Monate später, als dann entsprechend große Untersuchungen möglich waren, hat man verstanden, woran das lag. Man hat gesehen, dass eben doch diejenigen Patienten, die ein gewisses Alter schon hatten, eine Hintergrundimmunität hatten. Und zwar sowohl auf der zellulären Ebene, als auch später dann messbar mit genaueren Tests, die man dann durchgeführt hat. Sogar sichtbar auf der Antikörperebene. Aber besonders gut hat man es auf der zellulären Ebene gesehen. Und wir wissen heute, woher das kommt. Das wussten wir aber einfach damals nicht. Vor allem so vom Frühjahr 2009, wo es ja losging mit diesem Virus, wo es aus Mexiko dann sofort in USA und auch in Europa war und weltweit verbreitet war. Das ließ sich nicht stoppen. Bis hin dann zum Herbst 2009 war man einfach ein bisschen ratlos. Und dann kamen im Herbst die Daten. Und was man dann sich rekonstruieren konnte, war eben doch, dass das alte H1N1-Virus einen Kreuzschutz vermittelte. Und der war erheblich. Trotz geringer Ähnlichkeit. Trotz geringer Ähnlichkeit. Und das ist das bei aller Unsicherheit, die wir heute haben, was diese Frage des Kreuzschutzes der Erkältungs-Coronaviren mit dem neuen Coronavirus jetzt angeht. Also ich versuche da ja immer auch so ein bisschen die Vergleiche zur heutigen Situation zu ziehen. Wir wissen nicht genau, wie stark dieser Kreuzschutz ist. Es kommen in diesen Tagen auch wieder neue Studien raus, die auch wieder zu dem Kreuzschutz Daten präsentieren. Die auch vermuten lassen, es gibt ein bisschen Kreuzschutz. Aber sicherlich nicht, also das wage ich jetzt doch mal zu sagen, sicherlich nicht in dem Ausmaß, wie das damals offenbar der Fall war bei der 2009er H1N1-Pandemie. Und um das noch mal kurz zu erklären, wie das zustande kommt. Wir hatten im Jahr 1918 eine Pandemie, die spanische Grippe. Und diese Pandemie, die wurde ja durch ein H1N1-Virus verursacht. Und dieses H1N1-Virus, das zirkulierte bis zum Jahr 1957. Im Jahr 1957 kam ein H2N2-Virus, die damalige asiatische Grippe. Dieses Virus blieb bis 1968 und wurde dann abgelöst durch ein Virus H3N2, die Hongkong-Grippe. Und dieses H3N2-Virus, das zirkuliert bis heute. Es wurde also nicht im Jahr 2009 abgelöst durch das H1N1-Virus. Das H1N1-Virus hatte nicht die Kraft, dieses H3N2-Virus zu verdrängen. Also bis heute haben wir H3N2 als Influenza-Virus. Es wird aber jetzt noch viel komplizierter. Im Jahr 1977 kam es zu einer kleinen neuen Pandemie. Das war die sogenannte russische Grippe. Die wurde hervorgerufen durch ein H1N1-Virus. Dieses H1N1-Virus ist identisch mit dem H1N1-Virus der spanischen Grippe und deren Nachfolger, die zwischen 1918 und 1947 zirkulierten. Das Virus wurde also 1977, nachdem es 20 Jahre komplett verschwunden war aus dem Menschen, wieder eingeführt in den Menschen. Und kam zurück als kleine Pandemie und ist bis zum Jahr 2009 geblieben. Wie kann das sein? Wir wissen das nicht ganz genau. Es kann sein, das ist einfach bis heute nicht aufgelöst, dass vielleicht doch in einem abgelegenen Teil der Welt, zum Beispiel in eingeborenen Populationen, die abgeschlossen sind von dem Rest der Menschheit, sich irgendwo so ein Virus versteckt und gehalten hat und wieder zurückgekommen ist. Man weiß es einfach nicht. Jedenfalls, dieses Virus ist geblieben bis 2009. Und wir hatten rückblickend aus dem Jahr 2009 nun zwei Gruppen in der Bevölkerung, die ein immunologisches Gedächtnis gegen H1N1 hatten. Und die wichtigste Gruppe dabei ist eben die Gruppe derjenigen, die ihre erste Influenza-Erkrankung im Leben durchgemacht haben mit dem Virus der spanischen Grippe und seiner direkten Nachfolge schafft bis 1957. Und jetzt können wir ganz leicht rechnen. 2009 minus 1957 sind 52 Jahre. All diejenigen, die zu dieser Zeit 52 Jahre und älter waren, hatten ihre erste Influenza mit dem H1N1-Virus durchgemacht. Und die haben bis zum Ende ihres Lebens eine Überbetonung ihres Immungedächtnisses gegen Influenza, gegen dieses H1N1-Virus. Wir sprechen hier von dem Prinzip der Original Antigenic Sin, also die antigenetische Ursünde. Das sind im Prinzip immunologische und epidemiologische Beobachtungen, die, wenn man die ganz grob zusammenfassen will, die sagen, die Influenza, die man als erstes im Leben sieht, gegen die hat man für den Rest des Lebens das beste Immungedächtnis. Ein blumiger Begriff und eine einfache Rechnung. Damit haben Sie die Frage des Timings schon so ein bisschen aufgeklärt. Also das ist der Grund, warum eben die Alten wenig beeinträchtigt waren von dieser Infektion. Und das sind aber ja gerade die, die normalerweise wegen Grunderkrankungen, Lungen- und Herzvorschädigungen und so weiter, gerade diejenigen sind, die sterben an der Influenza. So wie wir es jetzt in dem anderen Fall des Coronavirus auch sehen. Ich will übrigens gerade eine Sache, einen Gedanken noch zu Ende führen. Wir sind nicht ganz fertig mit unserer Überlegung, woher kommt jetzt dieser gute Bevölkerungsschutz? Wir haben eine weitere Gruppe noch, und zwar diejenigen jungen Leute, die in der damaligen russischen Grippe ihre erste Influenza hatten. Das waren gerade so zwei, drei Geburtsjahrgänge. Die Kleinkinder zu der Zeit, die waren von der russischen Grippe, wie übrigens auch alle anderen, die zu der Zeit so ungefähr unter 20 Jahren alt waren. Die waren von dieser russischen Grippe betroffen. Aber die meisten hatten eben 1968, also das H3N2-Virus als Original Antigenic Sin. Aber es gibt so ein paar Geburtsjahrgänge, die hatten auch im Jahr 1977 ihren Erstkontakt mit dieser russischen Grippe, mit H1N1 abermals. Und die sind im Jahr 2009 32 Jahre alt. Also das ist eigentlich die Gruppe der gesunden, mittelalten Erwachsenen. Auch dort gibt es also eine Untergruppe, die wahrscheinlich diesen Immunschutz noch hatte. Und dann wurde seit der russischen Grippe 1977 das H1N1-Virus auch im Impfstoff beigemischt. Das heißt, wir haben auch die ganze Zeit bis zur 2009er Pandemie gegen ein H1N1-Virus parallel mitgeimpft. Und all diese Effekte zusammen, die sind dann eine hinreichende Erklärung dafür, warum diese H1N1-Epidemie oder Pandemie, die es war, viel weniger zu Bruche schlug, als man das irgendwie von einer Pandemie vermuten würde. Also das sind so viele unerwartete Dinge, die da gleichzeitig kommen. Damit konnte man einfach nicht rechnen. Also die Tierversuche sagen, das ist ein relativ pathogenes Virus. Die ersten Laborkarakterisierungen des Virus sagen, da gibt es keine Kreuzreaktivität. Und dann plötzlich stellt sich raus, man hat etwas ganz Wichtiges komplett übersehen. Und zwar über lange Jahre der Influenza-Forschung auch übersehen. Weil man dort gar nicht die Gelegenheit gehabt hätte, das zu studieren. Also eigentlich ist es einfach dumm gelaufen, muss man sagen. Man hat sich am Anfang verschätzt. Oder auch gut, genau. Aber aus Sicht der heutigen Interpretation, und es werden ja viele Vorwürfe heute erhoben gegen die Medizin, gegen die Epidemiologie, gegen die Impfstoff-Forschung und so weiter, dass man ja damals schon gesehen hat, da wird nur Bohei gemacht, allen wird Angst eingejagt. Und am Ende ist es gar nichts gewesen. Und jetzt hier bei SARS-2 wiederholt sich das Ganze. Und es sind wieder dieselben Leute, die sich dazu äußern. Leider ist es nicht so einfach. Sie haben jetzt eben schon Impfstoff angesprochen. Da geht es dann ja um die saisonale Grippeimpfung, die dann viele mitmachen. Aber da ist ja auch ein neuralgischer Punkt, an dem sich viel Kritik entzündet, weil man dann einen Impfstoff entwickelt hat, gegen H1N1, gegen diese Schweinegrippe. Der wurde in großer Zahl eingekauft. Und konnte dann gar nicht so sehr an den Mann und die Frau gebracht werden, weil die Impfbereitschaft gar nicht so hoch war. War das ein Kommunikationsproblem oder war da eigentlich schon alles vorbei? Ja, das Impfthema um die 2009er sogenannte Schweinegrippe ist ja dann noch wieder ein ganz komplexes Thema, auch ein großer gesellschaftlicher Diskurs gewesen, der jetzt auch wiederbelebt wird. Und wo unglaubliche, total unfaire Vorwürfe auch erhoben werden. Und wo wir ja jetzt dann auch in den Bereich von Verschwörungstheorien kommen, also wo man hier schon gar nicht mehr argumentieren kann. Aber diese Impfdiskussion damals, die war sehr komplex. Und auch dort hat es viele Missverständnisse gegeben. Das war damals eine Zeit, in der wir in der präpandemischen Impfstoffentwicklung und Forschung noch nicht so weit waren wie heute. Heute haben wir so etwas wie CEPI, also wie eine, einfach eine Geldgeberallianz, sagen wir mal so, eine staatliche Geldgeberallianz, die dazu gedacht ist, die Impfstoffentwicklung zwischen Akademie und Industrie zu fördern und insbesondere für aufkommende pandemische Viren zu fördern. Unter dem Eindruck der Ebola-Krise entstanden, vor allem aber auch schon vorher natürlich vorgedacht und im Prinzip auch gegründet. Damals war das noch nicht so. Damals lebte man unter einem anderen Eindruck. Der Eindruck war zunächst mal SARS in 2003 und dann H5N1, also die asiatische Vogelgrippe, so um das Jahr 2004, 2005 herum, wo das dann richtig losging und dann auch immer weiterging. Das wurde enzotisch in Nutztierbeständen über den ganzen eurasischen Bereich bis nach Nordafrika hinein. Ich glaube, viele wissen das. Und unter diesem Eindruck, H5N1 auch als gefährliches, mögliches Pandemievirus mit eindeutigen Eigenschaften auch den Menschen direkt infizieren zu können, hat man dann gedacht, irgendwas muss man tun. Und man macht also so Musterzulassungen von bestimmten damals präpandemischen Impfstoffen genannten Vakzinen gegen H5N1. Und da wurde vorgedacht, dass gesagt wird, wenn eine Pandemie kommt, dann will man im Prinzip so eine Zulassungshülse haben, indem man H5N1-Impfstoffe schon mal macht und auch klinisch studiert, was die Wirksamkeit angeht. Und solche Impfstoffe, auch wenn man weiß, die würde man jetzt gar nicht benutzen, mal zulässt. Das war damals eine sehr gute Idee. Und das hatte dann zur Folge, dass eigentlich nach dem Strickmuster eines solchen Impfstoffs ein pandemischer Impfstoff gemacht wurde gegen H1N1-Schweinegrippe-Virus. Und der war nach dem Grundmuster eines solchen präpandemischen H5N1-Virus-Impfstoffs gemacht worden. Und der wurde zugelassen. Und der war dann verfügbar am Markt, am Impfstoffmarkt. Zeitgleich wurden aber auch andere H1N1-Impfstoffe gemacht, die nicht diesem Musterzulassungsverfahren unterlagen, sondern normal, auch schnell und normal zugelassen wurden. Und die wurden aber auch mit anderen Herstellungskautelen gemacht. Das waren eben keine Kombinationsimpfstoffe wie bei der Influenza sonst, also wo die ganzen saisonalen Impfstoffe drin sind. Sondern das waren Einzelimpfstoffe, also auch Sonderimpfstoffe für die jetzt anschwellende Pandemie. Und alles, das wurde unter großem Zeitdruck gemacht in der ersten Jahreshälfte 2009. Und zur Zulassung kamen die, ich weiß das gar nicht genau. Aber im Herbst ging es, glaube ich, los, dass die dann zugelassen wurden. Und über den späten Herbst begannen die Impfprogramme. Und es ging dann auch ein großer, sehr konträrer Diskurs in der Gesellschaft los, nicht nur in Deutschland. Und da wurden Vorwürfe erhoben, die einfach zum Teil auf Fehlkommunikationen basierten und die auch in den Medien hochkamen und die nicht gut überprüft worden waren. Also beispielsweise eine Sache, an die sich vielleicht viele noch erinnern können, war, es gab dann in Deutschland verschiedene Impfstoffe und ein Impfstoff. Und das war gerade der, der nach diesem Prä-Pandemie-Verfahren hergestellt wurde. Der wurde dann vom Bund gekauft, während die Länder andere Impfstoffe kauften von anderen Herstellern, die anders zubereitet waren. Und ein großer Unterschied damals war, dass dieser vom Bund bestellte Impfstoff kein Adjuvanz hatte. Ein Wirkstoffverstärker. Genau, ein Wirkverstärker. Dafür aber mehr Impfvirus brauchte. Und dass die anderen Impfstoffe diese Wirkverstärker hatten. Und über diese Wirkverstärker entbrannte dann eine Diskussion, ob die gefährlich sind. Mit zum Teil ziemlich verwegenen Argumenten, die auch weit hergeholt waren. Und auch wieder so ein bisschen wissenschaftlich schlecht belegbar bis gar nicht belegbar. Da war von Nebenwirkungen ganz viel die Rede. Und auch überhaupt der Vorgang, dass der Bund einen Impfstoff bestellt, der anders ist als von den Ländern. Und warum überhaupt die Länder? Alles das wurde damals in der Öffentlichkeit nicht gut kommuniziert. Also es war eben so, dass die Hersteller unter Zeitdruck bei begrenzten Produktionskapazitäten arbeiten mussten. Und einfach zu einem gewissen Zeitpunkt abfragen mussten, wer möchte jetzt welches Kontingent reservieren lassen. Und das musste, soviel ich weiß, schon im Frühjahr gemacht werden. Also als der Impfstoff noch gar nicht da war, mussten Kontingente reserviert werden. Einfach, weil das geplant werden muss in der Produktion. Es war klar bei den Firmen, die maximale Produktionskapazität wird sowieso ausgeschöpft werden. Und jetzt müssen eben bestimmte Verträge abgeschlossen werden über die Lieferung. Und das war einfach damals so, dass Bundesländer bestellen mussten für die öffentliche Versorgung. Denn bei den Bundesländern liegt nun mal die gesetzliche Verantwortung für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Dass aber auch der Bund für eigene zu versorgende Bereiche so eine Bestellung abgeben konnte und das auch getan hat. Und da waren also beispielsweise die Bundesbeamten damit zu versorgen. Und dahinter war keine Intention, irgendwie den besseren oder schlechteren Impfstoff zu haben und darum einen Wettbewerb entstehen zu lassen. Sondern das waren also eher Zufälle, die da stattgefunden haben. Aber dennoch wurden viele Vorwürfe erhoben, so nach dem Motto, die Bundesbeamten kriegen den sicheren Impfstoff und das normale Volk kriegt das, was übrig bleibt oder so. Das war aber überhaupt nicht fundiert. Dann gab es die Diskussion um die Adjuvantien, also um die Wirkverstärker. Da muss man sagen, diese Wirkverstärker, die waren deswegen notwendig, weil man mit Wirkverstärkern viel mehr Impfstoff herstellen kann als ohne. Ohne Wirkverstärker braucht man mehr Impfantigen. Aber die Produktion des Impfantigens ist ja gerade das, was in der drängenden Situation einer Pandemie den Mangel hervorruft an Impfstoff. Man kann eben nicht unbegrenzt viel Impfdosen produzieren. Und wir werden auch in dieser jetzigen Pandemie das Problem bekommen, dass nicht unbegrenzt viel Impfstoff produziert werden kann. Vielleicht können wir an der Stelle einmal erklären, was diese Wirkverstärker überhaupt sind, woraus sie bestehen. Ich glaube, das wissen gar nicht alle. Naja, diese Wirkverstärker, das sind im Prinzip verschiedene Substanzen, von denen man weiß, dass sie im Prinzip das Immunsystem reizen. Vor allem an der Einstichstelle dafür sorgen, dass weiße Blutzellen verstärkt angelockt werden. Das sind also zum Teil relativ einfache Chemikalien, die aber seit langer, langer Zeit für diesen Zweck schon eingesetzt werden. Also klassischerweise waren das so komplexe Aluminiumsalze. Inzwischen sind aber viel bessere, moderne Adjuvantien von der pharmazeutischen Industrie hergestellt worden. Zum Teil sind die auch von ihrer Formulierung gar nicht offen. Das sind zum Teil Betriebsgeheimnisse, die eben so formuliert sind, dass sie besonders gut die Immunreaktion verbessern, gleichzeitig aber auch wenig Nebenwirkungen machen. Damit wird also schon gezielt gearbeitet. Und es gibt auch viel Forschung daran, also bestimmte kleine Moleküle, von denen man auch genau weiß, wie der Mechanismus ist, das Immunsystem zu stimulieren. Gut, diese Adjuvantien werden eben dem Impfstoff zugefügt, um den Impfstoff einfach effizienter zu machen. Und zu der Zeit damals gab es ein Adjuvans, das war ein modernes, neues Adjuvans. Da hieß es, ach, das ist doch gar nicht ausreichend ausprobiert worden. Das wird hier neu auf den Markt gebracht. Und die Influencer-Impflinge, die werden hier zu Versuchskaninchen gemacht. Das wurde einfach behauptet, stimmte aber nicht. Also die Gegendarstellung, die dann zum Beispiel vom Paul-Ehrlich-Institut kam, die wurde einfach nicht gehört. Also die Medien haben einfach mit Posaunen gesagt, wir werden hier zu Versuchskaninchen gemacht. Und das ist ja dann häufig eben so, die erste Schlagzeile dringt durch und dann gerät die Richtigstellung eben nicht mehr so laut und kommt nicht mehr so richtig an. Also das ist etwas, was damals passiert ist. Und dann kamen wilde Spekulationen auf. Zum Beispiel, es sei eine Substanz, die eigentlich Teil des ganz normalen Stoffwechsels ist im Körper des Menschen, das Squalene. Das war auch eine Zusatzkomponente in so einem Adjuvanz. Und dieses Squalene sei verantwortlich für schwere neurologische Schädigungen, sogar auch für psychiatrische Symptome. Und das konnte man aber nie so richtig nachweisen. Aber die Spekulation wird eben trotzdem in die Welt gesetzt. Und auch darüber wurde dann öffentlich debattiert. Und es kam einfach zu einer Situation, die kaum noch kontrollierbar war in der öffentlichen Diskussion. Es gibt ja diesen Arte-Beitrag fast eine Stunde lang. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der noch mal. Profiteure der Angst. Ja, genau. Profiteure der Angst. Wo viele diese Dinge zusammengefasst werden, auch in einem ganz unguten Stil. Also wo dann sehr, sehr einseitig Leute gehört werden, die sich dazu äußern, die einfach von der Materie keine Ahnung haben. Und wo schwere Vorwürfe erhoben werden und unkorrigiert stehen gelassen werden. Also die Gegenseite wird eigentlich gar nicht gehört. Und bis heute wird ja dieses Video auch wieder in Verschwörungstheorie kreisen oder in Impfgegner kreisen. Jetzt im Zusammenhang mit dieser Idee, dass es eine Zwangsimpfung geben könnte gegen das SARS-2-Virus, was auch überhaupt nicht zur Debatte steht. Noch haben wir ja gar keinen Impfstoff. Genau. Das wird aber jetzt wiederbelebt und das geht alles durcheinander. Und es entsteht einfach eine ganz ungute, fehlgeleitete Diskussion. Und wie falsch da auch von Zahlen berichtet wird. Da gibt es beispielsweise einen Experten, den wir jetzt auch als angeblichen Experten wieder im Rahmen mit der SARS-Epidemie hören in der Öffentlichkeit. Der spricht damals von Impfnebenwirkungen im Bereich von einem Promille. Und das ist vollkommen abwegig. Keiner der Impfstoffe, die damals verwendet wurden oder auch Impfstoffe, die heute verwendet werden für andere Erkrankungen, hat solche Nebenwirkungsraten. So ein Impfstoff würde niemals zugelassen werden. Aber das wird von einem anscheinend medizinischen Experten mal kurz in so einer Äußerung fallen gelassen. Und viele, viele andere Dinge, die einfach inhaltlich kompletter Unsinn sind. Und dann geht das aber zusammen mit Vorwürfen von, so sagen wir mal, im Bereich von finanzieller Bereicherung und Korruption von medizinischen Experten. Wo man dann sagen muss, und da ist vielleicht auch ein berechtigter Vorwurf. Also da kann ich jetzt selber gar nicht viel zu sagen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich will das auch auf keinen Fall hier wiederholen. Aber das ist so eine weitere Argumentationslinie, die in diesem Film gemacht wird. Und diese Argumentationslinie wird auch jetzt wieder gemeinsam im Zusammenhang mit dieser SARS-2-Pandemie erhoben. Ich sage das deswegen, weil ich selber auch solchen Vorwürfen ausgesetzt bin. Also Leute behaupten in der Öffentlichkeit, Herr Drosten verdient Geld an der Pandemie. Einer hat in der Öffentlichkeit mal behauptet, ich würde an der Diagnostik Geld verdienen, weil wir ja diesen Diagnostik-Test gemacht haben. Das stimmt nicht, ich verdiene keinen Cent daran. Und so werden eben in diesem Video andere Vorwürfe erhoben, wie zum Beispiel, dass bestimmte Wissenschaftler in Beratergremien sowohl bei der Weltgesundheitsorganisationen wie auch bei bestimmten Pharmafirmen sitzen und Gehälter kassieren. Dazu muss ich sagen, wenn das dieses Ausmaß hat und diesen Interessenkonflikt hat, dann ist das nicht in Ordnung, das ist verwerflich. Ich will auch sagen, dass ich bezweifle, dass das heutzutage in dieser Verflechtung passiert. Ich kann das aber auch nicht beurteilen. Ich kann wirklich nur von mir selber sprechen. Ich selber habe ja hier im Podcast immer wieder schon gesagt, ich habe überhaupt nichts mit Impfstoffforschung zu tun. Das ist gar nicht mein Gebiet. Und ich habe auch keinerlei Beziehungen zu irgendwelchen Firmen in diesem Bereich und auch übrigens zu sonst keinen anderen Firmen. Also ich habe keinerlei Zusatzeinkommen aus solchen Dingen, die da manchmal behauptet werden. Das ist ja nun auch ein politisches Thema. Sie haben es schon angedeutet, über das wir hier in diesem Podcast gar nicht so konkret etwas sagen können. Das vielleicht eher eine Recherche für andere Journalisten sein kann. Wenn wir das aber einmal noch zurückholen, abschließend dieses gesamte Schweinegrippe-Thema in unsere jetzige Situation. Die Sorge um Adjuvantien, resultierend aus der Berichterstattung damals. Ist das eine, die Sie entkräften können aus Ihrer Sicht? Also dass die Menschen jetzt sagen, na ja, aber vielleicht war ja doch was dran an Nebenwirkungen durch diese Wirkverstärker bei der Impfstoffentwicklung mit den Coronaviren. Spielt das dann eine Rolle? Also es gibt extrem gute Daten zu diesen Wirkverstärkern. Und ich glaube, wir können heute schon sagen, das ist nicht so, dass die gefährlich sind. Es ist so, dass die nützlich sind, gerade in einer Pandemie, weil wir dort gerade eben diesen Effekt haben, dass wir mit demselben Impfantigen viel weiterkommen, viel mehr Menschen impfen können. Und es gibt auch Hinweise auch darüber hinaus, dass die Immunantwort besser und sauberer ist, wenn solche Wirkverstärker dabei sind. Und es gibt wirklich extrem große Zahlen von Patienten, über die man klinische Erfahrung hat, Anwendungserfahrung, weil diese Wirkverstärker ja auch in anderen Impfstoffen drin sind, die ständig verimpft werden. Wir kennen also, wir haben gute Erfahrungen in allen Altersgruppen. Und wenn das so nicht wäre, dann würde das so auch nicht zugelassen werden. Also die Kriterien in der Impfstoffzulassung sind extrem streng. Und wir müssen diese Diskussion im Prinzip nicht führen. Halten Sie es für denkbar, dass diese völlig überraschend aus Sicht der Patienten guten Nachrichten in Zusammenhang mit H1N1, dass uns sowas doch noch erwarten könnte beim Coronavirus, also Kreuzimmunität, das haben wir schon mal angesprochen. Oder irgendein anderer blinder Fleck, den die Wissenschaft jetzt noch hat. Gibt es da Hoffnung? Also ich glaube, der wichtigste blinde Fleck ist eben diese Frage nach einer Hintergrundimmunität. Es ist eben so, dass bestimmte Studien an der zellulären Immunität suggerieren, dass Personen, die nie Kontakt mit dem SARS-2-Virus hatten, dennoch zumindest mal eine Reaktivität ihrer T-Gedächtnis-Zellen zeigen im Laborversuch. Also man sieht, die haben, wenn auch schwach ausgeprägt, aber doch nachweisbar ein Immungedächtnis gegen ein Virus, das sie nie kennengelernt haben. Also Zellen, die das Virus attackieren, kann man sagen. Ja, genau. Und das muss daher kommen, dass es eben eine gewisse Verwandtschaft gibt in den Proteineigenschaften dieses neuen Virus mit den vier landläufig zirkulierenden Erkältungs-Coronaviren. Und man kann diese Stellen auch finden im Proteom dieser Viren, wenn man die miteinander vergleicht. Da gibt es Stellen, die haben nicht nur Ähnlichkeit miteinander, sondern die passen auch gut zu den Immunzellen. Wir sagen, das sind T-Zell-Epitope. Das sind also bestimmte Bereiche in der Proteinstruktur, die ganz besonders gut geeignet sind, um erkannt und präsentiert zu werden von solchen T-Zellen. Das heißt, ein hoffnungmachender Ausblick zum Schluss. Vielleicht erst mal... Das heißt, das ist ein hoffnungsvolles Wort. Vielen Dank.